Hallo Freunde der gepflegten Unterhaltung. Ihr kennt sicherlich mein Video noch Unterlebensgefahr mit dem Futterstück im Mund. Viele haben sich gesagt, ach Gott, fake. Das hat er in den Mund reingetan. Hat ein bisschen getan, als ob. Und dann hat man den Bildausschnitt gesehen. Ein Stückchen wie so ein Fellhandschuh kommt. Ein Fellhandschuh. Und hat mir das Futterstück aus dem Mund gerissen. Unterlebensgefahr. Ich könnte kotzen, echt jetzt. Dass dem nicht so ist, zeige ich euch jetzt mal. Hier ist nämlich das gefährliche Raubtier. So, und hier ist nämlich das Futterstück. Lecker. Ich stecke es wieder in meinen Mund und hole das gefährliche Raubtier jetzt bei. Achtung, passt mal auf jetzt. Achtung, Raubtier, komm mal her. Ja, Futterstück. Raubtier. Das war ja wirklich unter Lebensgefahr, Junge. Ach, außerdem. Wir haben hier so einen wunderbaren Sonnenuntergang. Sonnenuntergang. Ja, dann sage ich mal viele liebe Grüße zur Brandlog nach Hotkeys und sage euch allen ein schönes Wochenende. Das war's. Tschüss.